Guckt euch mal meine trainierten Beine an, Alter. Ich zieh wieder Gym durch. Junge, und ich bin schon wieder in der Mask-Memory. Guckt euch das an, Jürgen. Ne, ihr seht das nicht. Ich höre. Ihr lacht jetzt? Aber ich hab fast... Hier. Seht ihr das? Ist ehrlich krass, ne? Ja, ist heftig. Bruder, ich sag, Mann, Chat. Ich hatte das, glaub ich, sogar im letzten Kostüm auch mal. Meine Mutter, oder so, wir sagen Aufwasch, dann sag ich auch Aufwasch. Wenn ich so aufgewachsen bin, dann bin ich so aufgewachsen. Dann sag ich doch nicht Abwasch. Es heißt Aufwasch. Ich wasche auf. Nicht, ich wasche ab. Ich wasche erst auf.